Musik Die Holding Graz beantwortet die wichtigsten Fragen zur Nahverkehrsdrehscheibe und in Graz steppt das Christkind. Jetzt wo die Nahverkehrsdrehscheibe ihren Betrieb aufgenommen hat und die Gäste sich langsam mit dem Aushängeschild für Infrastruktur vertraut machen können, tauchen natürlich Fragen auf. Die Holding Graz lüftet exklusiv nur auf Steiermark 1 die letzten Geheimnisse rund um die Nahverkehrsdrehscheibe. Musik Als erste Haltestelle in Graz ist die neue Station Hauptbahnhof mit stationären Fahrscheinautomaten ausgerüstet. Es gibt insgesamt sechs in jede Fahrtrichtung drei und jeweils einer davon ist für mobilitätseingeschränkte Personen adaptiert worden. Bei diesen Automaten ist der Münzeinwurf und der Karteneinschub dementsprechend niedriger positioniert. Musik Ein Queren der unterirdischen Gleistrasse ist aus Sicherheitsgründen behördlich nicht erlaubt. Das ergibt sich aus den Sichtbeziehungen. Die Straßenbahn kommt aus einer Kurve in die Station herein. Von beiden Seiten ist das so und muss dementsprechend auch rechtzeitig abbremsen können. Daher ist das Queren für Fußgänger in dem unterirdischen Bereich verboten und absolut lebensgefährlich. Musik Durch die neue Trassenführung binden nun alle vier Straßenbahnlinien 1, 3, 6 und 7 den Hauptbahnhof an. Das ergibt sehr kurze Wartezeiten für unsere Fahrgeiste und auch die Anschlussqualität an die Züge der ÖBB und die Busse erhöht sich dementsprechend. Zusätzlich ergibt sich durch diese Trassenführung eine Entflechtung der neuralgischen Kreuzung am Eckenberger Gürtel. Die Straßenbahn taucht vorher in der Ahnenstraße ab und beeinflusst damit den Individualverkehr an der Oberfläche nicht mehr. Musik Im Bereich des Grazer Hauptbahnhofes werden natürlich auch Fahrradabstellplätze geschaffen. Das sind sehr platzsparende Systeme, Doppelstock-Parksysteme, großteils überdacht. Die ersten 400 sind man hinter mir bereits. Es folgen weitere vor der Polizeistation beim Busbahnhof und weitere in der Wagner-Pierer-Straße beim Personentunnel Nord. Insgesamt werden mit Baufertigstellung im Sommer 2013 rund 900 großteils überdachte Fahrradabstellplätze zur Verfügung stehen. Musik Ab sofort halten die Straßenbahn Es gibt keine Zeit, auf die ich mich so sehr freue, wie auf die Adventzeit. In dieser Zeit ist vieles anders. Zum Beispiel lassen die Grazerinnen und Grazer ihren Arbeitstag mit einem heißen Punsch und leckeren Waffeln ausklingen. In den Straßen und Auslagen glitzert die Weihnachtsdekoration. Lachende Kinder drehen am Karussell ihre Runden und plötzlich besinnen wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Musik Die selbe genaue Vorstellung wie vom Christkind haben die Kleinen auch bei ihren Geschenkewünschen. Ich wünsche mir Pferdesachen, ich wünsche mir einen Polster und ich wünsche mir Lego und ich wünsche mir einen Hund, der sich bewegen kann. Ich wünsche mir eine Stehschaufel, ein ferngesteuertes Auto, wo ich schon eins habe. Und dann mag ich noch einen kleinen Computer. Da hat das Christkind heuer aber wieder viel zu tun. Die Vorfreude auf Weihnachten ist nicht mehr zu verbergen, auch nicht bei den Erwachsenen. Zwölf Adventmärkte, von denen jeder für sich ein weihnachtliches Unikat darstellt und die alle innerhalb von wenigen Gehminuten zu erreichen sind, lassen uns die Stadt stimmungsvoll erleben. Dazu gehört auch der traditionelle Gang in den Landhaushof. Alle Jahre wieder pilgern Gäste aus dem In- und Ausland zum coolsten Aushängeschild des Grazer Advents, zur Eiskrippe. 50 Tonnen kristallklares Eis wandern nunmehr seit 17 Jahren durch die Hände des Meisters Hödel. Vier Monate benötigte er für sein heuriges Werk. Ich habe insgesamt zum Bauen für den Cave, habe ich 180 Eisblöcke. Ein Eisblock ist 25 mal 50 mal 100 und hat 125 Kilogramm. Und diese werden eben zusammengefügt und zusammengebaut. Die Figuren werden geschnitzt aus einem riesengroßen Block. Der hat alleine 1240 Kilo und dadurch, da sparen wir sich das Zusammensetzen von den Eisblöcken. Ist es ein Mythos oder stimmt es wirklich, dass es die Figuren in sechsfacher Ausgabe gibt? Das ist kein Mythos, sondern wir ersetzen die Figuren immer fürs Wochenende. Warum? Die Figur ist ja etwas zarter und die Nase schmilzt weg. Und vor allem fürs Wochenende, wo in Graz sehr viel Tourismus ist, sind wir draufgekommen, Moment, wir müssen den Leuten das bieten und dadurch tun wir die Figuren ersetzen. Das heißt, Sie schnitzen sechsmal dieselbe Figur in Eis? Richtig, ja. Respekt. Haben Sie kalte Finger? Nein, noch nie gehabt. Noch nie. Zeit zum Aufwärmen. Ab in die warme Stube. Die klingende Weihnachtswerkstatt öffnet jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr ihre Pforten und lädt groß und klein zum gemeinsamen Basteln und Singen ein. Das sind hauptsächlich Eltern mit ihren Kindern oder auch Großeltern mit ihren Kindern. Und wir hören immer wieder, dass das den Leuten sehr große Freude macht. Also vorhin hat mir gerade jemand gesagt, wenn wir hierher kommen, dann fängt der Advent an, also die Vorweihnachtszeit. Ebenfalls kreativ und handwerklich begabt sind die Aussteller des Kunsthandwerkmarktes am Mehlplatz. In echten Design-Adventhütten, die sich nachts in einen leuchtenden Kristall verwandeln, hüten die Aussteller ihre Schätze. Wenn sich die Design-Kristallhütten öffnen, sehen wir ein erlesenes Kunsthandwerk. Wir haben hier Kunsthandwerker aus ganz Österreich eingeladen, die ihre Werke präsentieren. Und das Besondere hier ist auch, dass alle Künstler persönlich anwesend sind. Was für die Kleinen das Christkind, ist für uns Erwachsene also der Grazer Advent. Einer wunschlos glücklichen Vorweihnachtszeit steht somit nichts mehr im Wege. Ihren persönlichen Adventkalender finden Sie auf www.adventingraz.at Das nächste Mal. Die Mitarbeiter der Stadt und der Holding Graz sind auch an den Feiertagen für Sie im Einsatz. Die Mitarbeiter der Stadt und der Holding Graz sind auch an den Feiertagen für Sie im Einsatz.